Hi, ich bin David von die Lernpartner und wir zeigen euch mal, wie wir arbeiten. Also unser Team ist relativ jung, aber auch relativ bunt gemischt. Es gibt niemals den richtigen Lehrer für alle Schüler. Deswegen haben wir hier alles Mögliche von jungen Studenten über Leute, die irgendwas gelernt haben, über tatsächlich eben Lehrer mit Staatsexamen. Wir bieten alle gängigen Schulfächer an. Mathe ist natürlich der Renner, aber Englisch, Deutsch, Physik, Chemie, BWL, Latein. Denn bei uns findet immer erstmal ein persönliches Beratungsgespräch statt. Man kann nicht einfach sagen, du hast Probleme in Mathe, also kommst du jetzt in diesen Kurs. Das muss der richtige Lehrer sein, das muss der richtige Kurs sein oder vielleicht auch Einzelunterricht. In unserer Intensivgruppe mit maximal drei Schülern hat der Lehrer immer die Möglichkeit, auf jeden individuell einzugehen. Das ist uns ganz wichtig, keine überfüllten Gruppen, bunt gemischt. Jede Gruppe hat ihren eigenen Raum. Unterricht bei uns macht Spaß, die Leute kommen gerne und die Noten stimmen auch. Unterricht bei uns macht Spaß, die Leute kommen gerne und die Noten stimmen auch.